Ihan Lust auf Video gucken. Ich habe gehört, wir gucken mal das Video... Oh! Sogar Platz 1 trennt Julia Beautics Blind Backen mit Rezo und Ju können halt einfach gar nichts. Das war wirklich Real Talk, ein 10 out of 10 lustiges Video, muss ich sagen. Also ich war ja beim Dreh dabei und ich habe mich bepisst vor Lachen. Übrigens komme ich auch in einem Video vor, von daher bleibt dran. Okay, Abfahrt. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Genau, wir backen heute Kuchen. Kekse. Nein, auch Kekse. Ich dachte wirklich bei dieser Video, die die Jula gesagt hat, so ey, wir backen heute Blind Kekse. Ich denke mir so, okay, das funktioniert fürs Video. Aber dann war es halt ultra fun hier einfach. Es wäre voll langweilig, einfach nur Kekse zu backen. Wir werden das blind machen und wir werden richtig schön dabei aussehen. Ah, toll. Da freue ich mich jetzt, das abzuziehen. Sieht ja bestimmt gar nicht dumm aus, oder? Also, wir haben hier so richtig viel Shit. Wir haben Mehl. Vanillezucker. Ja. Schokolade. So richtig krasse Sachen. Übrigens, wer am Ende so die besten Kekse hat, der hat gewonnen. Wer bestimmt, wer die besten Kekse hat? Die Menschen hinter der Kamera entscheiden. Ja. Seid ihr ready? So, seht ihr noch was? Nee. Okay. Okay. Können wir jetzt anfangen? Ja, ich starte jetzt an. Ich starte an. Hallo. Hallo. Nein, geh doch mal weg mit deinem Arm. Nein, du gehst weg. Ich habe Margarine in der Hand. Das waren 170 Gramm Mehl, ne? Das ist so schlimm, nicht zu wissen, ob man selber ist oder die Lache. So, wie viel Margarine habe ich jetzt hier drin? Ich glaube, es ist genug. Du hast mir viel, viel, viel Margarine gegeben. Ja, dann achte doch drauf, was du tust. Hat jemand Rohrzucker? Ey. Wir müssen mal aufpassen, wie viel Zucker Julia gleich in ihrem Teig hat. Ey, wo ist dieser Rohrzucker? Ah, ich habe ihn. Ich habe so viel Butter an meinem Arm. Julia, hast du schon dieses Päckchen Vanilliezucker? Ja. Ja, ich bin so los. Hast du jetzt zwei? Ah, Mann, du doof, Mann. Ja, was ist das so? Da war nochmal Vanillezucker, schön bei Julia im Dings. Warum ist das so butterig hier? Ja, weil ich die angefasst habe. Ihr von Teelöffel, ne? Wie fließt die denn auf? Wollt ihr eine Schere? Hier, Ju. Kommt hier was? Schere. Sag mir, wenn ich mir den Fingerschen... Jetzt guckt, wie Ju gleich das Ding aufschneidet. Das ist so lustig. Ich geb dir jetzt auch eins zu viel. Das ist nicht mehr. Guck mal, was für ein Loch da reinmacht den Zucker. Oh, mein Gott. Guck mal, was für ein Loch Ju hier reinschneidet. Ey, ich habe mich so bepisst beim Videodreh. Was machst du denn da? Ja, ich versuche, den Teelöffel zu melden. Was ist denn das? Jetzt guck mal, wie viel Zucker Julia reinbekommen. Ich mach's. Ist das der Zucker? Ja. Das ist viel zu viel. Hey, warum lachen ihr denn alle so? Ich verstehe das nicht, wie das auch geht. Wie viel Salz hat ich nochmal rein? Hey, Ju, ja, hilf mir, mach das mal auf. Hey, ich bin so blind. Ich weiß gar nicht. Ju ist so lustig. Wie ist das so lustig? Wie viel Schokolade zieht? Oh, mein Gott, Alter. Ey, das war so lustig vom Dreh. Das war so lustig. Warum? Hey, was passiert denn mit meiner Schlüssel? Hast du mir da was reingekommen? Nein. Hey, aber was gibt's denn jetzt noch? Ich hab Schoko drin, ich hab Margarine drin. Also, ich hab immer noch keinen Zucker. Ja, genau. Sie hat keinen Zucker. Warum lacht ihr so? Ist das Mehl? Ich hab hier Mehl, ja, hier. Da muss 170 Gramm rein. Deswegen hat Ju's Ding einfach so nach Sand geschmeckt. Ja, wo ist denn Salz? Ich hab Salz, aber ich weiß nicht, wie's aufgeht. Gib doch mal Salz. Ja, aber ich weiß doch nicht, wie das aufgeht. Ja, das ist doch die Sorge. Äh? Wieso ist da jetzt so viel Mehl bei mir drin? Alter, ach man, du bist so doof. Du hast das. Ja. Oh, yo. Oh mein Gott, jetzt ist es weg. Ey, ich hab doch Save Mehl an meinem Körper gerade, oder? Ey, Leute. Oh mein Gott, Alter. Ist das ein... Das Video hätte man einfach uncut hochladen müssen. Das wäre so lustig gewesen. Ist das... Hä? In meiner Schüssel ist so viel drin, was ich nicht da reingetan habe. Ich glaube, ich bin fertig. Sind die Schokoraspeln leer? Nein. Ich glaube, die sind alle bei mir drin. Vor dir, Ju. Hey, du hattest doch auch schon Zucker. Nein, das war der andere Zucker. Ja, aber ist doch egal, was für ein Zucker. Nee. Zucker ist Zucker. Ey, du hast es auf dem Tisch gestellt, dann ist es ja wohl Zucker. Ey, kann ich Salz weglassen? Du kannst machen, was du willst. Oder habe ich das schon drin, ich weiß nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich hab die Margarine drin, ich hab Mehl drin. Ich hab ein Päckchen, weil ich... Ne, zwei Päckchen, weil ich nicht Zucker... Ich hab eine... Äh, ich hab jetzt so Bock auf so Brownies, so... Ich hab noch Brownies unten in der Backmischung. Vielleicht mach ich mir gleich Brownies. Ich hab Bock auf Brownies. Ey, kein Scheiß, ich glaube, das ist ganz geil. Echt? Ja. Ey, bei mir ist es so einfach nur... Ey, ich glaub, ich bin fertig. Hä, echt schon? Ja. So ist ich mit dem Ball. Konversation zwischen Mann und Frau immer. Beim Sex. Ey, ich glaub, ich bin fertig. Hä, echt schon? Ja. So ist es mit dem Ball machen. Aber weil ich den Ball hab, kann niemand mehr was da reinschütten. Wenn ich es jetzt in der Schüssel lasse, dann kann auch irgendwer was reinschütten. Aber so kann niemand mehr was machen. Ich bin klug. Im Kopf. Was denkt ihr, schmeckt das? Das sieht aus wie ein leckerer Keks, was die da ist. Boah. Echt jetzt? Es sieht so aus. Ich glaub, ich hab so viel Zucker jetzt. Ich weiß nicht, aber eure Kekse haben alle eine andere Farbe. Welche Farbe sieht denn am gesündsten aus? Ich find die von Ju. Echt? Ich glaub, die von Julia, aber ich weiß, was bei Julia drin ist, was sie nicht weiß. Hä? Oh nein, ist da so viel Salz drin? Hat da jemand Salz reingetan? Ich geb jetzt mal meinen Teig. Ja, ich schmeck voll gut. Ja, ich schmeck echt voll gut. Mal kurz so eine Schokoladetafel. Ich halte meinen Keksteig jetzt in der Hand, damit niemand mehr Salz oder was... Es ist so ein komisches Video. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so sagen soll. Was auch immer hinzufügen kann. Sehr weise. Und ich sage, ich bin fertig. Das Video ist seit langem die nicest Idee ever. Ich find die auch sehr funny, muss ich sagen. Ich find das auch sehr funny. Seid ihr auch fertig? Ich dekoriere schon. Wie lange habt ihr gebraucht, um aufzuräumen? Weiß nicht, 5, 6 Minuten? Hä? Wieso liegt hier so viel Scheiße auf dem Tisch? Oh mein Gott. Ich will diese Brille gleich ausstecken. Das ist doch kein Keks. Das hier? Das ist ein Ball. Das ist ein Knödel. Also ich hab zwei Kekse. Was sind das für ein Keks, weil die sind auch so Brötchen einfach. Warum lachen wir denn so? Das sind halt einfach Brote. Was soll das? Weil ich weiß, so viel Zucker drin ist, wird eh karamellisiert. Ich war so verwirrt, ne? Ey, ich war da auch nicht. Ich war da auch nicht. Ich sag's nicht. Auf jeden Fall war mein Kopf noch ein bisschen woanders. Sag ich mal so. Und dann müssen die beiden eine Zahl sagen. Wie man sieht, ich bin auch ein bisschen lost. Ich dachte, Real Talk, sie hat mir irgendwie so den Handballen in den Mund gesendet. Real Talk, die Banane hat sich wirklich angefühlt einfach wie Haut. Und ich dachte so, was? Julia schlägt mir eh ihren Finger in den Mund? Jetzt schon? Entschuldigung. Die Hände oben ein. Was denn hier? Nein. Hand. Hand. Ah! Tieter, gib mir deine Hand. Das probieren wir jetzt, ne? Ich seh so lost aus einfach. Thomas ist schon fast fertig. Also, das ist der erste Kekst. Sehr knusprig. Mag ich. Finde ich geil. Okay, seid ihr bereit für den Zweifel? In meinem Mund oder in meiner Hand? In deiner Hand. The Rashi's Head. Flüssig. So, das ist jetzt Nummer zwei. Mh! Mh! Das war Schokolade. Oder ist halt schon sehr... Judas Keks, er hat einfach nur ein Stück Schokolade gegeben. Das war einfach nur geschmolzte Schokolade, die ich in meinem Mund hatte. Schokoladig, ne? Du bist einfach nur ein Schokolade. Aber einfach, ich trinke kein Kakao. Jetzt das letzte. Bei dem fehlt mir irgendwas. Ich weiß nicht. Ja, der Keks. Ich hab auch ein Zuckerbrot. Aber der war voll geil. Das war einfach nur so ein Zuckerbrot, das ist unfassbar. Ne, der ist, der ist scheiße. Oha! Also, ich hab einen klaren Gewinner. Ne, nicht ganz klar, aber ich hab einen Gewinner. Ihr sagt jetzt gleichzeitig die Zahlen, die ihr am besten macht. Ich gucke einfach. Was ist denn mit mir los, Alter? Oh, boy. Okay. Eins, zwei oder drei? In drei, zwei, eins. Drei. Eins. Drei und eins. Drei? Mies. Ich mag es so knusprig nicht. Ich muss auch bei dem Keks mal Milch haben. Und die Milch hatte ich quasi im Keks schon mit drin. Was haltet ihr davon, wenn ich einfach das hier so als Ausschnitt bei Instagram hochlade? Ich find schon. Julia, gebt mir ein Like. Guck mal, was Julia hier macht. Komm mal nach oben. Mhm. Mit drin. Ja. Die Gewinner. Ich war die Eins. Ne, oder wir, oder wir, warte, oder wir laden das hier auf Instagram hoch. Okay, von dem Blick hab ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wär ein wildes Bild, wär ein wildes Bild.